Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mal mit euch eine Frage durchgehen, die mir immer wieder gestellt wird, aber zu spät gestellt wird. Und zwar, Marc, wo finde ich denn eigentlich meine YouTube-Kanal-ID? Und zwar, nachdem mein Kanal geschlossen wurde, weil ich einen Verstoß begangen habe, weil er gehackt wurde oder so weiter. Wichtig natürlich im Vorfeld, es wäre sinnvoll, wenn ihr einen Kanal dementsprechend betreibt und er euch am Herzen liegt, speichert ihr natürlich im Vorfeld eure Kanal-ID ab oder schreibt sie euch auf. Das ist natürlich sehr wichtig. Legt sie in eure Unterlagen. Wo finde ich die Kanal-ID? Diese findet ihr an sehr vielen Stellen in YouTube. Ich zeige euch einfach mal die einfachste Art und Weise, wie ihr sie herausbekommt. Hier verwendet ihr am besten einen PC oder ein Smartphone und einen Browser im Desktop-Modus. Allerdings, am Smartphone kann es sein, dass das nur eingeschränkt möglich ist, was ich euch hier zeige. Verwendet deswegen am besten einen PC, öffnet den Browser, begebt euch auf YouTube und loggt euch in euren Account ein. In eurem Account angekommen, begebt ihr euch in das YouTube-Studio und klickt oben links auf euer Icon, auf euren Avatar und so kommt ihr auf eine Art Startseite und hier findet ihr oben in der URL eure Kanal-ID. Ich markiere sie mal. Das wäre zum Beispiel hier meine Kanal-ID. Hier habt ihr die Kanal-ID und könnt diese nun speichern. Viele von euch werden jetzt allerdings sagen, ja, ich habe aber nur vielleicht ein Smartphone. Wie komme ich hier an diese Daten? Wie gesagt, der vorhin gezeigte Schritt, diesen könnt ihr in einem Browser im Desktop-Modus ausführen. Alternativ gibt es andere Möglichkeiten, noch in der YouTube-App an die Kanal-URL zu kommen. Diese sind aber sehr kompliziert. Ihr öffnet die YouTube-App, wie hier zu sehen. Klickt hier unten auf euren Kanal-Avatar und hier hatten wir den Punkt Google-Konto. Ich habe diesen mal jetzt geöffnet. Leider funktioniert er aktuell nicht mehr. Hier drüber konntet ihr eventuell mit tieferen Suchen auch die Kanal-URL suchen. Eine weitere Alternative, die aber sehr zeitaufwendig ist, ihr klickt hier oben auf das Zahnrad-Symbol, klickt auf meine Daten auf YouTube und kommt hier auf eine Art Datenverwaltungsseite, wo ihr zum Beispiel auch eure Daten herunterladen könnt. Hier unten finden wir diesen Punkt, wo wir einfach auf mehr klicken und hier könnt ihr zum Beispiel eure YouTube-Daten herunterladen. Dann sucht diese hier mit dem Google-Datenexport aus. Das geht übrigens auch am PC. Wählt diese Daten aus und exportiert diese. Das heißt, schiebt einfach mal hier einen Datenexport an und ladet die Daten herunter. Das Problem bei diesem ganzen Schritt, das dauert mehrere Tage, bis ihr nun hier an die Daten kommt und diese Daten können dann mitunter auch die Kanal-URL enthalten. Aber was macht ihr nun, wenn euer Kanal gesperrt wurde, geschlossen wurde und YouTube nimmt mit euch Kontakt auf und möchte mit euch die Situation klären. Hier wird YouTube wahrscheinlich immer die Kanal-ID von euch abfragen und ihr müsst sie YouTube nennen. Aber wo findet man sie? Hier gibt es diverse Möglichkeiten. Wichtig allerdings, ihr müsst hier sehr, sehr schnell sein. Denn das Internet vergisst mit einer gewissen Zeit. Wenn aber euer Kanal gerade eben erst geschlossen wurde, könnt ihr eure Kanal-ID noch auf verschiedenen Wegen herausfinden. Ich zeige euch einfach mal die gängigsten. Der erste Schritt, nachdem euer Kanal gelöscht worden ist, ist folgende. Ihr gebt euch mal in einen Browser, mit dem ihr zum Beispiel schon mal auf euren Kanal zugegriffen habt und gebt diese Textzeile ein. Link unten in der Videobeschreibung. Dieser Weg oder dieser Pfad führt euch eigentlich zu euren YouTube-Einstellungen und zwar zu den Kanal-Informationen, wie zum Beispiel der Nutzer-ID und der Kanal-ID. Diese werdet ihr dann quasi hier finden. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, wenn euer Kanal gesperrt ist. Eine kurze Zeit nach der Sperrung ist das aber manchmal noch verfügbar. Deswegen könnt ihr das natürlich so versuchen. Wenn ihr eure Kanal-Informationen allerdings generell herausfinden wollt, könnt ihr diesen Weg natürlich auch gehen. Eine gute Alternative ist natürlich, noch nach Spuren im Internet von eurem Kanal zu suchen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beliebteste Art und Weise von mir, so ein Problem zu lösen, ich schaue mal in meinen alten E-Mail-Verlauf, vielleicht auch in die gelöschten E-Mails. Wenn ihr von YouTube Benachrichtigungen bekommt, sind mitunter anklickbare Links in diesen Benachrichtigungen. Wie zum Beispiel hier sehen wir eine Art Kanal-Statistik für meinen Kanal. Diese wird mir regelmäßig zugesendet. Und hier können wir auf den Button Statistik ansehen klicken. Das ist ein sehr schöner Button. Ich klicke den nämlich jetzt einfach mal an und öffne den einfach auch mal in einem Browser, der nicht mit meinem Account verknüpft ist, damit ihr seht, dass das immer funktioniert. Wir klicken hier einfach mal drauf. Und wie ihr seht, bin ich nicht berechtigt, diese Seite zu öffnen, weil ich hier nicht richtig angemeldet bin. Aber wir sehen, wir können also so von außen unsere Kanal-ID herausfinden. Das wäre nämlich hier dieses Textstück oder dieses Stück in der URL hier oben. Das wäre eure Kanal-ID. Und somit hättet ihr das Problem schon gelöst. Das geht natürlich auch noch auf andere Art und Weisen. Man kann zum Beispiel mal Google bemühen. Hier in Google gebt ihr mal ein bisschen was ein, was ihr über euren Kanal wisst. Am besten den Kanal-Namen, den ihr noch wisst, gebt den einfach mal hier ein und sucht danach. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, etwas zu finden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel sofort einen Treffer. Das wäre hier meine Hauptkanal-Seite. Diese klicken wir mal mit der rechten Maustaste an und klicken auf Adresslink kopieren. Jetzt öffnet ihr einen Editor oder nehmt hier oben diese Textzeile, was auch immer, und fügt einfach mal diese URL hier ein. Und ihr seht, hier habt ihr eure Kanal-ID schon herausgefunden. Das kann mitunter einige Anläufe dauern, bis ihr hier den richtigen Link findet. Mitunter kommt ihr hier an falschen Links raus. Das heißt, hier müsst ihr etwas suchen. Eine andere Art und Weise, das Problem anzugehen, ist über andere Plattformen, die eventuell auch YouTube quasi analysieren oder überwachen. Eine bekannte Plattform dürfte hier zum Beispiel Social Blade sein. Hier könnt ihr zum Beispiel auch euren Kanal suchen. Gebt hier bitte den letztbekannten Namen eures Kanales ein. Wenn der Kanal gerade eben erst gelöscht wurde, dürften hier die Infos noch vorhanden sein. Und ihr seht jetzt hier euren Kanal. Hier könnt ihr an verschiedenen Stellen eure Kanal-URL herausfinden. Die einfachste ist folgende. Hier wird euer Kanal angezeigt und hier in der Regel eines eurer letzten Videos. Das kann sein, dass dieses im Moment nicht mehr angezeigt wird, sondern ausgegraut angezeigt wird. Aber in dem Video habt ihr hier oben euren Kanal-Avatar. Und hier könnt ihr einfach mal draufklicken. Und hier werdet ihr in der Regel zu eurem Kanal weitergeleitet. Sollte euer Kanal gesperrt sein, steht dann hier, dieser Kanal ist nicht mehr verfügbar. Allerdings dürfte die URL hier oben noch lesbar sein. Und hier seht ihr auch wieder in der URL eure Kanal-ID. Diese könnt ihr auch verwenden. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf anderen Plattformen. Hier könnt ihr mal eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe jetzt einfach mal diese Plattform gewählt. Hier kann man zum Beispiel auch gezielt nach Creators suchen. Und auch hier muss man etwas kreativer vorgehen. Das heißt, zum Beispiel wird hier angeboten, den Kanal zu abonnieren. Klickt einfach auch hier wieder mit der rechten Maustaste drauf. Klickt auf Adresse des Links kopieren. Fügt diesen Link in einem x-beliebigen Editor oder eine Textzeile ein. Und auch hier habt ihr wieder eure Kanal-ID gefunden und könnt diese nutzen. Eine weitere Möglichkeit, die mitunter auch noch funktionieren kann, ist diese Seite. Hier könnt ihr zum Beispiel auch nach Kanal-ID suchen, indem ihr andere URLs von dem Kanal noch kennt. Was jeder von euch zum Beispiel kennt, wäre zum Beispiel das. Ihr habt hier euren Kanal-Alias vergeben. Und wenn ihr diesen noch kennt, gebt ihr doch einfach mal diese Textzeile ein. hddps-wdd-youtube.com Und hier nach dem Schrägstich dementsprechend euren Kanal-Alias. Das probieren wir einfach mal hier aus. Und geben jetzt hier einfach mal diesen Sicherheitscode noch ein. Jetzt sucht das System kurz. Und wenn die Informationen irgendwo im Internet noch rumschwirren, findet ihr dementsprechend auch euren Kanal. Und ihr findet natürlich auch hier dann wieder eure Kanal-ID. Auch hier gilt, wichtig, so schnell wie möglich diesen Schritt ausführen. Wenn ihr das einige Tage nach Schließung des Kanales macht, werdet ihr hier wahrscheinlich nichts mehr finden. So, und damit habe ich euch verschiedene Wege gezeigt, wie ihr eure Kanal-ID finden könnt. Und zwar auch, wenn euer Kanal eventuell geschlossen wurde. Wenn ihr hier einen besseren Weg kennt, kein Problem. Teilt es mir doch einfach unten in den Kommentaren mit. So können alle euer Wissen finden, lesen und natürlich auch umsetzen. Und es ist allen hier in der Community geholfen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich auch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal. Denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.